Bitte. Ich möchte nicht da drauf sein. Du warst doch eben schon da drauf. Du krieg dein Gesicht. Super geschickt, was hier wird durchstehen. Ich muss sagen. Das ist ganz großes Kino. Ganz großes Tennis. Ja. Oh, jetzt geht's los. Wie viele Bilder habt ihr denn überhaupt? Zwei. Geht das nicht, wenn ich das da hinstelle? Wo hast denn du? Einen, weil ihr sich aufbaust. Oder wie hast du? Nein, kriegt doch eine. Hör mal, die Bälle ist noch sauer. Hey. Ja, das mag ich auch. Aber das ist jetzt gedreht, Schatz. Guck mal. Das Ding ist komplett schlau. Ja, geht nicht. Ja, aber das ist doch Kacke. Du hast den Kacke gemacht. Los. Was ist denn? Ja, das ist los. Spiel gegen die Gorn. Ich hab gewonnen. So ungefähr kann man das auch nennen, ne? Auf. Mach Schnicksack Schnuck. Auf. Nein, Chef. Schnell Papier. Schnell Papier. Schnell Papier. Schnell Papier. Schnell Papier. Schnell Papier. Ah! Echt von Anleitung. Es trifft mal die Woche. Wuh! Also, auf. Warum stehen nur der Gordon und ich im Titel drin, Schatz? Nein, der Sandro steht auch noch. Ja. Jawoll! Warte, warte, warte. Ich hab' den aufgemacht, guck mal. Muss man doch. Ja, muss man doch. Ja, aufgemacht, Alter. Warum ist der Knossi so bekannt? Weil der größte Spacko ist auf der Welt. Ja. Bekannt? Ja. Bei Leuten mit Bildung schon? Nein, ist er. Ja, ist er. Äh, ab dem Säulen. Ja, ab dem Säulen. Na? Heute Abend. Da ist der Schlagdienst da, ja? Ja, der Knochen, der Wiese und dem anderen da. Ja, der hätte immer noch vorstieg waren. Ich glaube, du hast das Ding was da hängen. Warte, warte, warte. Hast du wiedergekommen? Du wieder sein. Macht du das eigentlich die ganze Rolle jetzt, Aline? Was? Wenn es dumm läuft, ja. Ja. Wir haben den Kreis. Jetzt geht's ab. Ich will gar nicht da rein, dass wir ihn kennen. Seid vorsprichbar, Alter. Seid vorsprichbar, Alter. Nein! Nein! Was Jan durchschleppen, eben Maxin durchgeschleppt, das... Das ist unfassbar, ne? Ja, wir schleppen seit acht Jahren durchgeschleppen. Ja, das sowieso. Und jeder scheitert an ihm. Erst seit acht Jahren. Ja, auch. Ja, ich schon seit über 30. Du hast gemacht seit 30. Über 30, Alain. Ihr seid doch noch nicht mal über 30. 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 Wie alt bist du? 32. Wir sind auch schon drei. Echt? Ja, hab ich gedacht. Ja. Wie sehen denn deine Haare aus? Ist ja frischbar. Ich denke, du wirst Haare schneiden. Weißt du mal, was ist man denn? Hat die Silvia oben nicht geschnitten. Könnte ich sagen. Er ist Ketchup. Aus aller Basch hier. Aus aller Basch hier. Jetzt seh ich auch wieder was an. Aha, da hat's gelingen. Ach, jetzt. Es bringt dir gar nichts. Opa, grauhaarer. Was willst du eigentlich? Krass. Deswegen müssen sie so dick sind und hier rausgehen. Ich lass sie wachsen. Ich muss sie auch schon machen. Das sagt du Sanko auch. Ach. Du kannst dir jetzt an. Vielleicht schnitt sich mal hoch. Jetzt musst du drehen. Nein. Ich will deine. Ich will deine. Oh, mach mal deine. So. Also, Mianseile sind weg. Manche sind noch alle da. Ich setz mich da rüber. Das, Mann. Komm, bitte. Nein, 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 nein. Pippe raus. Kai. Der Ball ist weg. Der Ball ist wirklich weg. Ich mach deinen Stream auf. Mach den Frosch nicht kaputt. Freunde. Ja, nein, wenn ich hier wieder den Großen nehme, dann heißt sie wieder vom Grund. Nö, wir sind hier die Großen. Nee, ihr könnt doch nicht vom Großen, ne? Ja. Das sagt Freundin. Okay. Okay. Zum Frühjahrt. Oh! Mann! Schrei doch nicht so. Da geh ich jetzt. Hier ist niemand gestoppt. Es ist alles in Ordnung. Ja. Gern gefeiert. Der hat gern gefeiert. Fassenhaft, hab ich immer gesehen. Ja, Fassenhaft ist ja die ganze... Der hat den Zimmer von der Schule abgeholt. Großen. Der Loba, ja. Ach ja. Der Loba, ja. Der Loba, ja. Oh, shoot. Okay. Der Loba macht ab. Ich hab mein erstes Bier jetzt. Hä? Ich hab mein erstes Bier. Schatz, kannst du das nicht irgendwo hinstellen? Keinen Bock das so halten. Du kannst die Kamera drehen und da oben drauf stellen, dass wir uns halt sehen. was? Das verstehst du wieder nicht, gell? Nee, mach du das. Gott! Unterbelichtet! Sandro, ich hab ein Schampren einfallen! Das ist wie nur Ademann. Das ist für nur uns, gell? Das ist egal. Wir müssen ja auch sehen, dass wir dritten. Schnell mal selber. Schnell mal selber. Schnell mal selber. Das brauchen wir mal. Na ja, dann muss man auch gedritten machen. Was? Das muss man schon gedritten machen. Na ja, egal. Ja, wo ist den Rumpen? Wie sieht aus, als ich wieder kriege? Ist denn Rumpitzroh, Alter? Gleich ein bisschen wieder gebacken. Ja, was weiß ich wieder? Das ist gut. Das ist gut. Ja, genau. Nochmal. Jetzt schreuz es. Ich will abwerfen. Ja, nee. Du musst schon entscheiden. Ja, wir haben den. Kann man wieder zurück treffen? Ja. Mann! Geht los! Ja, du denkst, dich ist endlich mal. Ich glaube, der legt den Paul. Der legt den Paul. Der heisst nicht Paul. Nein, der heisst Rückkehr. Nein, Schatz! Ja, der ist froh und dann lacht man sich. Ja, ja. Ja, ich bin Armin. Wie war's? Armin wie? Armin wie? Wir können schließen gar nicht. Ja, ich muss sagen. Du hast es ruhig im Auto erklärt. Ja, jetzt würdest du was, wenn einer entscheiden hat. Das ist ja nicht schlimm. Ja, nein. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Das ist mein Leben. Du hast recht. Warte, warte, komm über die. Damit ihr den Witz versteht. So weit sind wir. Ja, ja, so. Und ich hab gefragt, wo wollt ihr zusammenstellen? Ja. Stella, Stella, damit ihr den Witz versteht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber irgendjemand guckt doch zu. Ja, Sandro ist es nicht. Oh ja. Ne, ist es nicht. Wenn jetzt noch das hält, dann ist es gut. Der kommt wieder raus. Der kommt wieder raus. Der ist ja geräumt. Der ist ja geräumt. Der ist ja geräumt. Das hab ich gesehen. Der ist einfach nur ein bisschen dabei. Guck mal da. Der ist ja auch geschmutzig. 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 Die meisten Teil hat wieder aufgeräumt. Guck mal, wie er gleich sitzt. Weil die Jude in Zukunft. Das ist ja größtig. Wenn ich mitspielen, dann sag ich das geil. Wenn ich abgehe und so, und sich angeschnitten sein, und so eine Tür aufmachen und so, dann geht's eigentlich. Ja, jetzt mach die Tür auf! Tür auf! Ja, direkt mit dir lieb. Ey, der ging genau die. Katharina, krieg dir mal die Kicke. Ja. Ich hab auch einen großen Ball gehabt eben. Ah, jetzt geht das schon wieder raus. Wo ist der? Ja, wo ist der? Ey, weg, ich will keine Ahnung wo er ist. Du bist ein dummes Schwein. Du lügst, ey. Ja, er hat's für eine Bandscheibe jetzt. Mach's mal okay. Bandscheibe, du bist so toll. Bandscheibe, du bist so toll. Bandscheibe, du bist so toll. Doch. Frodo ist ja nicht. Das ist ja geil gewesen. Ne, der ging ja nicht. Die will ich nicht. Die will ich nicht. Zusammen geht zu wenig an. Nimm ich nicht. Halb zwei! Ich hab auch schon den geworfen. Hast du's doch? Ich stell's zusammen. Guck mal, ich schwul ja dort. Boah! Ich stell's richtig zusammen. Was hast du denn da verarbeitet? Jetzt zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr da wollt. Ein nach vorne schönes Auto. Ach, deutsch. Wann war das? Bleib doch mal mit der Grenze. Schön. Schön, mit dem Handtuch reservieren. Hast du ja gerne da rein? So. Oh, doch. Passt doch. Ich hab's nicht mehr in eurem Gesicht. Wie musstest du die Staub auf tun? Ich hab's schon so gut hier liegen wir ganz einfach. Ich will das halt immer so machen. Warum jetzt geht mit dem Bauch und mit der Stirn? Der Bauch zu weich ist. Ja. Ich hab's nicht mehr in die Steuern so aus. Ich hab's nicht mehr in die Steuern so aus. Ich hab's nicht mehr in die Steuern so aus. Jetzt gehst du mit dem Scheiß statt. Einmal bist du jetzt gedotzt mit dir. Vorhin hab ich's gar nicht mehr Zeit geschafft. Ich komm denn wieder so hier. Weich! Wenn wir jetzt mal aufs Dotsen gehen. Werf doch mal nochmal. Hab ich! Das ist meiner. Na, das Ding. Arms. 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 Ich hab ein bisschen abgelehnt. Das ist aber der Köl. Dann geh mal aus dem Bild. Geh du mal aus dem Bild, ey. Gib mal ein Ball. Ach, du musst dich filmen. Großeländer. So ist das doch egal. Wollte verzeigen. Mach doch mal was anderes an. Geil schon. Wenn du schon mal Musik spielst. Spiel doch mal Halleluja oder sowas. Was war das denn? Es ist ein Stream. Das ist ja auch. Es ist ja auch. Es ist ja auch genug drin, ey. Das ist ja auch der Power, der irgendwo war. Wie heißt der? Wie heißt der? Wer ist der? Jürgen. Das ist nicht gut. Ich hab alles ne großen Ball, ey. Komm. Da hast du ne kleine. Natürlich ne kleine. Nee, nee, nee. Warte jetzt. Warte jetzt. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Komm mal, komm mal. So, jetzt halt, Luca. Warte. Komm mal, komm mal. So, jetzt halt, Luca. Ich würde sagen, wir dürfen ja zweimal zusammenstellen, ne? Ihr seid gerade im Strand zusammen. Wir dürfen zweimal zusammenstellen. Ihr auch? Waren wir? Hey, 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 hey. Was war das? Das war das, was? Zurück, halt. Hey, mal. Das ist toll, ich bin der da, ey. So dumm wie ihr bei... Der Schilde gemacht hat, was er geht. Ja, das ist auch. Der Schilde ist noch ein Schilde. Schilde Sonne von Andern. Der was? Das hat uns hier. Ein Pyramide. Ach so, klassisch deutsch. Hat keiner gesehen? Noch mal Hetzepunkt, noch mal Hetzepunkt rauf! Hat jemand was geschrieben? Gute hier, Algiers! Gute, du Level-Able! Lass die Finger raus, du fändest schworren! Wir dürfen ja noch mal nach! Ja, wir dürfen ja noch mal nach! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Community, wir haben gesehen! Auch. Ich steig. Die Finger raus. Woh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.